6 5 4 3 2 1 und ja moin leute und herzlich willkommen und wir sind nicht groß und herzlich willkommen zu einem weiteren plan von road to commander part nummer fünf ist es bei mir erst mal alle leute die alle auf meinem kanal zu gucken ich habe es jetzt kaum z kam die marken ein hallo auch an meine abonnenten und ich bin schon wieder voll am verkacken liegt daran dass wir nicht groß und leute ich will eben auch machen zu sprechen sprechen ich möchte unbedingt gesponsert werden durch irgendwie so ein games key for me oder so der damit sie mir spiele von sonn ja die sporen sind ja nur pc keys die machen auch die kümmer aber auch die menschen konsern hier kies ja kann man wenn es im kurs ist ja schon aber ich meine wenn es ein purer game key spon so ist dass sie wirklich viele psn dinge haben die hunde ist natürlich um einzuführen die hunde sind auch noch mal so können wir mal anfangen wir haben mich jetzt riefen bitte mal an mit der mtx dinge es reicht doch mal wieder mit dem sterben mann wirst du ja du hast ich hier zu viel ich hatte zwei zu sieben meinst du mich nuker 10 zu zweitiger ja bei mir läuft's welche waffe hannny also genau aber die hannny ist geil oh mein god schlägt schon ihrer nügel seht ihr jetzt die ducken sich alle beim laufen digga welches die schloss die schloss noch von rechts altes kann es doch nicht sein, ich habe es gesehen das gibt es echt nicht Digga, Nuke hat 14 zu 3 und ich habe 14 zu 7 der steht doch bei ihm man was mach, das geht Digga nicht der hat an echt so woher kommt denn der Hurensohn Wurzelmann Nuke, warum hast du an? ich bin alle ohne, ey warte jetzt mach ich doch nicht mal Digga, ich habe 1 vor ich bin 1 vor Maniac NEIN, ich sterbe natürlich wieder du darfst es nicht sagen Digga, dann stopp mal automatisch Digga das ist echt so mann hätte ich es bloß nicht gesagt Digga, ich könnte mich selber ich werde gar nicht beschossen werden, wenn ich sterbe dann direkt ich glaube für vorne wenn ich bin mal ganz kurz weg Wohin? oh ist weg Nude? Digga, glaubst du jetzt haben wir das erste, wenn wir in der Aufnahme mit überreden? was? Digga, ihr werdet ein Atomix merkt das nicht, wenn wir jetzt gerade wenn wir irgendein Scheißreden überreden? ok Digga, ähm also Abonnenten deiner Atomix ähm ich glaub der Atomix wollte euch nur sagen er ist kleiner als 1,70 NEIN aber die Spoiler alert Digga ich hab nochmal nen Hund und das ist ein so ich spiel ich spiel auch nicht spitzelisten los glaub ich ne du? die haben wir heute Digga, ich hab nen Camp Strike glaube er nicht ich hab nen Camp Strike im Vorräten oh mein gaaaaaaaaad im Vorräten ja Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jungs! Er hat's erreicht, Digga! Er hat wirklich erreicht, nicht in den Vorröten, Digga! Ich hab's gehört, Junge, ich war die ganze Zeit da! Hast du gehört, Digga, ich gelass hab! Auf jeden Fall, du kannst mir die Eier lätschen, wenn's ehrlich! Okay, es sind gerade Leute, Digga! Mmmh! Ich hab mich erst mal richtig stütteln, als ich mal das umfahre, aber was war ich? Habt ihr das gesehen, Leute? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ich bin gar nicht overpowered. Boah! Boah, Junge! Hm? Alter, die Runde war mega geil! Ja! Double kill! Also, für meine Abonnenten, wie... Also, ich finde die Runde war sehr, sehr gut! Ein 38 zu 5 kann man lassen! 12-17 auch noch! Und eine Campstrike dazu! Richtig! Also, richtig nice! Richtig, richtig nice! Ah! Oder was sagst du? War schon nice! 35! Mit Campstrike, Digga! Digga, ich bin nur mit 10! Ah! Digga, ich bin nur mit 10! Digga, ich bin... Ah, ich hab 5 Tropppunkte gleich, äh, bekommen! Ich hab auch 5! Ich hab 3! Die Honey! Oh mein Gott! Warte, wo bin ich bitte die Honey? Sieh, bin ich noch auf! Ja klar! Wo bin ich bitte die Honey? Ja klar, wo bin ich bitte die Honey? Soll ich... Soll ich... Soll ich... Welchen absetzen? Ohne... Ich bin hier unten... Nee, ich glaub, ich schreib mir das nächste C4 frei, wenn ich hab... Oder? Siege! Oh, ich hasse diese Map! Geh raus! Ich kann auf der Kopf nicht spielen! Bitte! Oh mein Gott! Die Rolle war sehr nice! Hast du mich nicht gehört? Oh mein Gott! Siege! Ja! Pech gehabt! Oh mein Gott, Alter! Atomix, warst du dabei? Ja, ja! Hast du gehört? Ja, ja! Was ich geschrien hab? Ja, ja! Shit! Digga, ein Teamkollege von mir wollte die Timo klauen! Hätte ich über die Timo auch gemacht! Voll der Ruhe so! Ich hätte die... Hätte ich die... Hätte ich die auch geklaut! Hätte ich... Hätte ich die Timo gemacht! Hätte ich die Timo gemacht! Hätte ich die Timo gemacht! Ich glaub, ich hätt' die über alle T-Mails umgebracht! Ich denke, dann ist die wieder los! Nee, nee, ich bin dran! Ich hab' die Timo gemacht! 15! 14! Nein, nein, mach! 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 Bei 5! 6! Was ich jetzt schaff' bei 6? 6! 5! 4! 3! 2! 1! Pin-Bin-Bin! Ghostens! Ah, warum müssen wir Ghosts? Ghosts! Kann man eigentlich mit Sturmgewehr... Also mit Soldat auch nicht kämen! Wenn wir in den Kampfstrike kriegen! Ja! Recht? Klar! Na klar! Ich kann sagen, ich kann nichts auf dem reißen, wenn ich nicht kämpfe! Ja! Und durch die Stärkung dieser Mütte glaub ich nicht! Jetzt kacke ich wahrscheinlich wieder! Oh mein Gott! Ich seh' keine Gegner! Ich bin aber auch nicht, Digga! Nee, ich bin auch nicht! Oh, Alter! Ich war voll bei denen drin, ey! Ja! Ich bin richtig! So ruhig! Ich weiß nicht wie viel ich bin! Ja, wir müssen reden, wenn wir Rauscikneieren machen! Ja, ja, ich rede doch! Ja, dann macht man einen Thema-Vorschlag. Was? Also, da wollen wir noch mal kurz sagen. Der Atomix ist halt noch nicht so anerkannt. Obwohl er nicht so wenig Abonnenten hat, aber er kann keine 15 Minuten mit diesem Aufladen. Das kommt richtig an. Ich hab's zwar eigentlich schon bestellt. Ich hab keine Ahnung, wieso es nicht geht. Wenn mir das jetzt kam. Also, theoretisch müsste es ja gehen. Bloß wenn ich das hochladen will, steht halt immer, dass ich das nicht kann. Also, wenn ich irgendwie über Sonny-Vegas oder so hochladen will. Aber bei Sonny-Vegas, also nicht über YouTube. Ähm, ich mach's über YouTube jetzt immer. Aber als ich über Sonny-Vegas machen wollte, ging's nicht. Ich kann's jetzt dann mal versuchen. Ich glaub's abkommen. Wär halt voll praktisch. Digga, die mehr bist du hier zu groß. Ja, wohl aufgestiegen. Ich bin ja richtig schlecht in die Summe, Digga. Die mehr bist du hier zu groß. Digga, ich hab ein 6 zu 1. So ich sterbe. Wo war der? Oh mein Gott. Digga, er spawned. Digga, was ist jetzt vorhin mit mir gelabert? Warte, kannst du mir da noch geflecht? Ach komm, leck dich doch. Was ist das? Du bist vorhin mit mir gelabert. Mann, nicht spawnen. Also jetzt gerade eben. Kannst du dir nichts. Waren im anderen Spiel? Nee, nee, jetzt gerade eben. Äh, das war scheiße, dass du, ähm, die Videos hier nicht so lange machen kannst. Was hab ich gesagt? Digga, du, das muss man irgendwie beschweren gegenüber YouTube, Digga. Muss man eine Beschwerde-E-Mail verändern. Ich hab's eigentlich bestätigen lassen. Von wem? Bei dir war ja auch dieser rote Button. Äh, der grüne Button. Ja, Mann. Wir müssen ja jeder haben. Ähm, habt ihr schon gehört? Danny Burnish, das ist auf Phase 3, Digga. Ja, Mann, voll nice. Ich hab den, ich hab den bestätigt. Also ich hab den angefragt. Ich weiß nicht, ob er angenommen hat. Soll ich mal gucken? Ganz sicher nicht, Mann. Vielleicht jetzt gucken, ob der mich angefragt hat, Digga. Oha, wer damit angefragt hat, der dich rastet so aus, Digga. Der hat die eh nicht angenommen. Wahrscheinlich kommst du dann wieder, oh, der hat mich echt angenommen. Das ist ganz klar. Äh, äh, entweder das ist der falsche Account oder die haben beide gelöscht. Äh, ich weiß ja, dass nicht aus dem Sieb gemacht wurde. Aber halt. Muss ich gleich mal gucken. Also Sackbombe. Ey Leute, wollt ihr ein Video haben, wo du dich, wie ich Rage, wenn Danny nicht angenommen hat? Mach halt. Danny Burnish. Also ähm, er macht ein Video, wenn Danny Burnish ihn angenommen hat. Wie ich Rage, Digga. Wahrscheinlich so, oh, toll. Oh. Er hat mich angenommen. Find ich schön. Oh. Ich hab auch Giorgio The Beast einfach gefragt. Ja, der ist Giorgio. Wie viel kennst du nicht? Ja, doch. Ah, ich finde seine Lache so behindertlich. Also der ist korrekt, der Typ. Aber ich finde die Lache, er ist nicht behindert, aber ist irgendwie lustig. Nein, Digga. Ich liebe ihn fast mehr als Danny, Digga. Ich liebe ihn mehr als Danny, sag ich mal so. Ich mag ihn mehr als Danny. Ich bin beide korrekt, aber ich mag ihn so einprozentinär, Digga. Ich weiß, wie man diesen einen roten Helm bekommt, ne? Du musst, ähm, glaube ich, sechs Kills mit Maniac machen. Also sechs verschiedene Leute musst du mit Maniac töten, ohne zu sterben. Vier oder sechs. Da kriegst du hin. 8 zu 2, läuft bei mir. Die sind am Campen. Digga, ich laufe lang, weil die Musik haben. Ich finde auch fein. Die ist irgendwo nochmal groß, Digga. Ich kann irgendwo nochmal suchen und verstecken spielen, Digga. Weißt du, über was wir reden können? Nein. Nikotinmissbrauch, Zigarettenmissbrauch bei Jugendlichen. Digga, ich hab heute wieder, äh, ein paar Leute bei mir aus der Schule, da muss ich hier still rauchen gehen, Digga. Das ist so krass, halt. Bei uns rauchen schon so die, die, die zwölf, äh, dreizehner Leute. Na, aber nicht. Ist so, Mann, das ist voll krass. Das ist krass, das ist schon krank. Krass krank. Danke, Digga, danke. Bitte. Oh mein Gott, der kommt von rechts, links, überall. Oh mein Gott, der kommt von rechts, links, überall. Boah, der legt eine Waffe, dich noch mal nicht kennen. K7. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wer ist weg? Wie man alles in Skyberg sieht. Keiner. Nicht? Mhm. Doch, Luke. Bist du weg? Ich hatte ja kurz von Action Problem. Von hinten. Hätten wir mal ein paar Kills, als er eins hat. Jungs. Ich sterbe zweifel Maniac. Alter, bei mir hat's krasses Kalb. Eigentlich hab's, oder wir haben's gemerkt. Ich sterbe zweifel Maniac. Ich renne auf alle Dinge. Part, äh, vier. Du gehst auf dem PC irgendwie wie ein Notebook. Ich hab auch einen PC. Ja, dann hast du einen schlechten. Nee. Dann weiß ich nicht, was da los ist bei dir. Bei mir ist ja nichts abgekackt. Ich mein halt, warum du über 15 Minuten Videos machen kannst. Der ist ja nicht schlecht. Und warum ist so lange bei dir bei der Rentet. Und es kommt über YouTube drauf an. Wie lange bei dir rennen, das ist auch unnormal. Es rennt halt nicht lang. Doch. Nein. Bei dir, du sagst mal, das warten halt etwa 50 Minuten oder so. Jetzt nicht mehr. Nicht? Nein. Okay, gut. Nein. Ich will Abschlüsse um die Ecke machen, ey. Das ist für schwierig. Alter. Geht da was für? Ja, die Tarnung. Die brauchst du, um Gold zu kriegen. Einen Abschluss oder wie viel? 100. Du wirst dich verarschen. Wie oft sollen wir das denn dir noch sagen, dass man 100 braucht? Ja. 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 Ja, das geht's gar nicht. Nein, ich hab dich gekehren, Digga. Ja, ich hab dich gekehren, Digga. Boah, Mann. Wo spawnen die? Die kommen aus Büschen, Alter. Das war ich noch gar nicht. Ja, ist schon krass, Digga. Digga, die Map ist einfach unnormal groß. Ja. Ja, fuck. Oh, da kam mehr, Mann. Oh mein Gott, er hockt da oben. Warte mal, ich hab den Arsch gehabt, ey. Ich dir. Ich dir. Ach so, danke. Digga, er spawnt hinter mir, aber wie sind denn die spawnt aufgebaut? Ich muss sagen, 18 zu 5 kann man durchgehen lassen bei mir. 18 zu 11, ja. Ich glaub, ich hab den Arsch. Naja, danke. Digga, er spawnt hinter mir, ich lauf gerade auf, so auf einmal spawnt er hinter mir. Auf jeden Fall, so machen wir mal 5 für alle Game Online-Token. Aber lass uns mal ein Action-Spiel machen. Also, ich würd sagen, halt rein bis zum Part Nr. 6. Bei mir auch, Leute. Willst du kommentieren, Leute? Siehst du, bist ein verfickter Wurrensohn. Da sind auch Samy drin, haut da rein!